Au! Das sieht nicht so gut aus. Ist nicht schlimm, ist nicht. Ich kümmere mich darum. Moment, warte. Gib mir deine Hand. Alles gut. Alles gut, keine Sorge. Ist nicht schlimm. Das sieht aber professionell aus. Ja, ich bin ein ausgewählter Arzt und ich habe in Syrien schon Medizin studiert. Ja. Das kann ich hochhalten, nicht so viel bewegen. Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen, bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Wie ist das bei Azubis mit Fluchterfahrung? Wie kann ich Kompetenzen und Fähigkeiten einschätzen? Jugendliche Geflüchtete, die eine Ausbildung beginnen, bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, was ihre schulische und berufliche Ausbildung angeht. Zudem können ihre Sprachkenntnisse nicht ausreichen, um eine reibungslose Kommunikation zu garantieren. Neben dem nonverbalen Vermitteln durch Zeigen und Vormachen muss auch theoretisches Wissen vermittelt werden. Sowohl für den Ausbilder als auch für den Azubi ist es wichtig, besonders darauf zu achten, ob alles richtig verstanden wurde. An einer gelungenen Kommunikation kann man arbeiten, indem man geduldig erklärt und ermuntert, Fragen zu stellen und nachzufragen, wenn etwas nicht verstanden wurde. Das Bildungssystem in Deutschland ist ganz anders als Bangladesch. Da hatten wir nur eine Schule. Aber hier in Deutschland kann man in verschiedene Schulen gehen, zum Beispiel Realschule, Gymnasium oder Berufskolleg. Am besten ermittelt man Kompetenzen von Auszubildenden, wenn man sie vielleicht einfach mal machen lässt. Dabei sollte man aber gerade die Arbeitssicherheit nicht außer Acht lassen, aber man könnte zum Beispiel eine Berufsvorbereitung starten und dort mal sehen, welche Schwächen und Stärken überhaupt jeder Einzelne hat. Da lässt man sie vielleicht mal an die Werkbank etwas feilen oder vielleicht auch mal ins Labor. Und so schaut man dann, welche Tendenzen überhaupt jeder Einzelne hat und was er überhaupt auch machen möchte. Und ich kann mir dann nebenbei Notizen machen, was Personalkompetenz oder Sozialkompetenzen angeht und fasse diese hinterher zusammen und weiß dann auch, in welche Richtung es geht. Bei der Förderung von Jugendlichen muss man ganz genau hinschauen. Ich setze meinen Fokus vor allem auf Stärken und Potenziale. Dabei benenne ich meine Erwartungen und meine Aufgaben ganz konkret und setze nichts voraus. Während wir beobachten, schaue ich, wo die Hindernisse sind, was für Probleme gibt es, wie kann ich unterstützen, aber auch vor allem, was klappt besonders gut, was kann ich loben, was kann ich schon positiv zurückmelden, um einfach die Motivation immer wieder aufrecht zu erhalten. In meiner täglichen Praxis merke ich so immer wieder, dass alle Jugendlichen ein starkes Potenzial haben. Die Bewertung bestimmter Arbeitsbereiche ist in der Tat auch kulturell geprägt. Was wir in Deutschland sehr gut finden, wenn jemand sich durchsetzen kann, wird das als positiv bewertet. Das kann aber zum Beispiel in anderen Ländern negativ bewertet werden. Was heißt durchsetzen? Gegenüber wen sich durchsetzen? In der Sache, gegen die Person. Deshalb muss man ganz genau achten. Ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man in einer Sitzung in Anwesenheit des Chefs den Chef ergänzt. Das kommt in Deutschland gut an, als Ergänzung. Aber das wird in anderen Kulturen gegenüber der Autorität als Widersprüchlichkeit und Widerspruch empfunden. Deshalb muss man ganz genau darauf achten, was als Kritik bewertet wird, was als Lob bewertet wird. Wie viel Leistung kann ich verlangen? In der Arbeitswelt kann man von Geflüchteten dieselben Leistungen verlangen, wie auch bei deutschen Einheimischen. Das ist überhaupt kein Thema. Das Einzige, was vielleicht problematisch sein kann bei Geflüchteten, ist die Tatsache, dass sie bestimmte theoretische Dinge nicht kennen, weil sie das vorher nicht gelernt haben. Vielleicht auch auf der sprachlichen Ebene gibt es Dinge, die vielleicht nicht funktionieren können, aber nicht, weil sie sich weigern, sondern weil sie das vielleicht nicht verstehen. Auf der praktischen Ebene kann man von Geflüchteten alles verlangen, und was diese Stelle mit sich bringt. Der Ausgangspunkt ist zunächst mal klar. Es gibt einen bestimmten Ausbildungsrahmenplan. Da sind Ausbildungsinhalte festgegeben, die ich als Ausbilder vermitteln muss, die auch in einem bestimmten Zeitplan vermittelt werden müssen. Da kann es oft mal vorkommen, dass Auszubildende vielleicht mal schnell überfordert sind, weil sie irgendwas nicht verstanden haben. Gerade dann ist es meine Aufgabe, auf den Auszubildenden zuzugehen und vielleicht mal das offene Gespräch zu suchen. Dort kann man dann gucken und entscheiden, wie gehen wir jetzt weiter, was machen wir jetzt, sodass es dann für den Auszubildenden gut läuft und für mich auch, und wir am Ende zu einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung kommen. Leistung ist in meinen Augen und aus meiner Erfahrung etwas sehr Individuelles. Es hängt sehr von der Kultur ab und auch vom Elternhaus. Ich habe selbst einen Migrationshintergrund und in meiner Familie hatte ich ein ganz klares Leistungsbild, was sehr auf die Person selbst abgezielt war. In der Schule habe ich dann ganz andere Erfahrungen gemacht, wo auf einmal die Gruppenarbeit oder auch mal die Teamleistung auch wichtig war und wertvoll. Genauso wie beim Vereinssport. Deswegen waren das für mich ganz wichtige Perspektiven, die ich im Elternhaus nicht bekommen habe. Die Kernbotschaft muss heißen, dass man den Auszubildenden sagt, dass sie alles fragen dürfen. Das muss von vornherein geschehen. Wenn trotzdem so ist, dass der Auszubildende das nicht zugibt, was er nicht kann, kann es vielleicht der Grund sein, dass er sich schämt. Vielleicht ist die Vorgesetzte auch eine Frau und da schämt er sich davor. Eigentlich muss er das können. Das kann vorkommen. Deshalb muss man das in Kommunikation auflösen. Jugendliche in der Ausbildung brauchen in der Tat Feedback. Das ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Worauf ich achten würde, ist die Tatsache, dass man erst mit positiven Dingen anfängt. Also Jugendliche machen auch viele Dinge ganz gut. Damit würde ich anfangen. Und dann die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, würde ich auch dann natürlich mit einbauen. Immer mit der Intention, die Kritik positiv zu verpacken und die Kritik auch die Leute weiterbringen soll. Und im Übrigen ist so eine Rückmeldung auch für die deutschen Jugendlichen nicht schlecht. In meiner Praxis versuche ich ganz bewusst, die Jugendlichen zu beobachten und auch meine Beobachtungen zurückzumelden. Dabei verwende ich die OK-Methode. O steht dabei für oft. Das heißt, ich mache das wirklich kontinuierlich. K steht für konsistent. Das heißt, sie haben eine gewisse Kontinuität. Sie wissen, wo sie dran sind, wie sie sich entwickeln. Und E steht für ehrlich, damit man ganz offen miteinander umgeht. Gemeinsame Gespräche mit dem Auszubildenden sind notwendig. Da kann man zum Beispiel Teamvereinbarungen treffen. Ich möchte jetzt genau das von dir als Auszubildender in dem und dem Zeitraum. Und wenn der Auszubildende das schafft, dann ist er hoch motiviert und weiß, er hat was geschafft. Und ist somit auch viel ehrgeiziger für die zukünftige Zeit in der Ausbildung. Wie kann ich Auszubildende innerbetrieblich fördern? Die Möglichkeit einer Förderung innerhalb eines Betriebes ist natürlich abhängig von seiner Größe. In den kleinen Betrieben bietet es sich an, nach dem Patensystem zu arbeiten, bei dem erfahrene Kollegen die jungen Azubis einfach unterstützen und der erste Ansprechpartner sind. Wir haben bei Evonik ein Projekt Business Knigge, bei dem wir lernen, Konflikte zu lösen und auch Feedback zu geben. Also nicht einfach zu sagen, nee, das finde ich doof oder das ist Mist, sondern auch auf Ausbilder zuzugehen und auch mit denen zu sprechen. Es gibt große Unternehmen, die in der Lage sind, während der Ausbildung zusätzliche Deutschkurse für Geflüchtete anzubieten. Vielleicht gibt es aber auch Integrationsbeauftragte, die die Azubis während der Ausbildung sprachlich unterstützen. Man kann auch Unterstützung von außen holen, beispielsweise eine Ausbildungsassistenz oder einfach externe Dienstleister, die den Azubi einfach durch die Ausbildung helfen.